Ja, Ping-Fotzi-Wärchen. Heute mal etwas düsterer und beschwörerischer, weil wir sprechen heute über ein sehr, sehr sphärisches Album. Und zwar über The Scuse of Cosmic Chaos, das dritte Album von Soul4Eon, die nach ihrem Album Gateway to the Antisphere und Swallowed by the Ocean's Tide, das erste Album, nochmal ordentlich einen draufgelegt haben. Hallo, hallo, fürs dritte Album. Das ist ja eigentlich immer so das Album, wo man, wo sich entscheidet, wohin es für die Band geht. Geht es nach oben oder geht es nach unten? Für Soul4Eon geht es auf jeden Fall nach oben. Ich meine, guckt es euch an, die haben das Album des Monats im Metal Hammer. Hallo, mit der Art von Musik, was nicht despektierlich gemeint ist. Aber das ist schon eine ganz große, große Leistung, dass die bei den Leuten jetzt ankommen. Und naja, ich habe die große, große Ehre, dieses Album natürlich auch zu reviewen, was erst mal durch sein Artwork auffällt. Weil wenn man sich das anguckt, da ist dann so ein schöner Karton dabei, wo so ein mystisches Emblem drauf ist. Also richtig schön in Silber geätzt. Das ist allerdings die limitierte Edition, die nur auf 500 limitiert ist. Die ist mit so einem Karton, die anderen gibt es nur ohne. Was aber immer dabei ist, ist dieses geile Booklet. Ein richtig, richtig fieses, schönes Booklet. Ohne große Umschweife. Jetzt hören wir uns den Kram mal an und lassen uns mal verzaubern von den wirren Melodien, die die Jungs so zu bieten haben. Ja, was als erstes auffällt, die sind auf jeden Fall im Oldschool angesiedelt. Und das ist neu. Wenn man den Sänger kennt, so wie ich das tue, dann ist man da sehr überrascht. Der gute Em singt nämlich teilweise oder streckenweise oftmals auch cleane Passagen. Das hatte mir so ein bisschen, ja, das fühlt mich so zurück in die 90er. Als ich die ersten Mal da in Brides gehört habe, war das halt, ja, der grunzt halt, alles cool. Und dann hört man die Turnloose Swans und dann denkt man sich so, alle, die sind clean. Ja, Flash. Und genau diesen Flash habe ich auch gehabt, als ich die Platte das erste Mal gehört habe. Das war total krass. Und das passt einfach. Das passt richtig gut. Und das ist die nächste logische Entwicklung. Und deswegen, gesanglich kann man da gar nichts dran aussetzen. Das ist richtig gut. Ich mache nochmal ein bisschen lauter. Ja, auch Gitarrenarbeit, da muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Das ist einfach, ja, ich frage mich immer, wie schüttelt man solche Konzepte, solche Rips und solche Songstrukturen mal so aus dem Ärmel. Wahrscheinlich schütteln die sich das nicht so einfach aus dem Ärmel, sondern da wird viel, 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 viel Arbeit drinstecken. Aber das klingt halt so leicht und naiv ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach so dieses, ja, ich schüttel das mal raus und dann kommt halt ein sehr mystisches, kosmisches Album bei Rumpen. Das ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Und das ist einfach unfassbar dicht, unfassbar strukturiert, unfassbar durchdacht. Und das ist halt auch blöd, weil ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Minuten Review. Und das wird der Platte eigentlich gar nicht gerecht, weil die Platte muss man auflegen und von A bis Z durchhören, damit einem, damit sich das Ganze so entfalten lässt. Wie so ein, wie so ein Wein, den man einschenkt und dann trinkt. Und das, ah, das selten, selten, selten so viel Gänsepelle gehabt beim Hören eines Death Metal Albums. Das wird schon was heißen, ich habe einige Alben gehört in meinem Leben. Also, einfach, äh, fantastische Arbeit. Wir gucken uns aber nochmal einen anderen Song an. Oh, immer diese langsamen, sphärischen Auftakte, bevor es dann wirklich losgeht. Das ist dann so ein, ja, wie so ein Vorspiel, bevor man rein darf. Ping. Das ist grandios, geile Cover. Das ist von Ola Larsen, der schon seit der ersten Scheibe da immer die Covers für die schmiert. Äh, wirklich gut. Einziger kleiner Negativpunkt, äh, ich fand das, äh, Gateway to the Entisphere Cover, ein tacken geiler. Also, das, das Cover, äh, das gemalte Ding. Das fand ich einen tacken geiler, soll aber nicht die Leistung schmälern, weil es passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dieser Art von Musik. Das ist einfach, äh, ja, weißt du, da rechnest du mit nichts mehr dieses Jahr. Da denkst du dir so, ja, Wild haben halt ein geiles Oldschool Album gemacht, das vielleicht so das Aspirant Death Metal Album des Jahres. Und dann, zack, kommen's Rulffeuer an die Ecke und schnitten da nochmal so ein Teil raus. Richtig, richtig geil. Ich freu mich auch schon, äh, auf die Release Party. Das wird, äh, unfassbar geil. Die wird, äh, wahrscheinlich, wenn ich das Video hochlade, abends steigen. Ja, und dann wird's darüber auch nochmal durch die Nacht geben. So viel sei an dieser Stelle von schon versprochen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, klare Kaufempfehlung für jeden, der sphärischen Oldschool Death Metal mag, ohne, äh, ohne, äh, das, äh, ohne so'n, so'n, so'n aufgezwungenes Image. Das, 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 den nimmt man das ab. Die, die leben das. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Deswegen, äh, Sulfo-Eon, äh, Descutes of, äh, Cosmic Chaos, hier, die Sensor des kosmischen Chaos, äh, irgendwie, äh, könnt ihr euch definitiv, äh, ungehört kaufen. Ich meine, es läuft im Hintergrund und ihr genießt die Klinge wahrscheinlich genauso, wie ich es jetzt gerade schon wieder tue, zum, weiß ich nicht, zehnten Mal, wie ich das höre. Kauft euch die Scheibe einfach, supportet, die Jungs, äh, sind es echt wert. Äh, Bahn Records hat damit eine richtig, 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 richtig geile Scheibe an den Start gebracht. Und, naja, wie gesagt, äh, wir sehen uns beim nächsten Review, äh, kauft euch Sulfo-Eon, ganz großartige Scheiben, jetzt abschalten, ne? Abschalten. Abschalten. Abschalten.